Meine Damen und Herren, Sie sind dabei. Es ist wieder Zeit für die Zwei, einen wunderschönen Wochenstart. Guten Morgen, Herr Fleischhammer. Hallo, na? Na? Es ist schön. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Und sonst? Ja. So, das war's. Schöne Woche. Bis dahin. Unsere erste Aufnahme war besser. Ja, definitiv. Bis ja schon der zweite Anfang. Beim ersten hast du dich am Anfang so schön versprochen, das hätte ich dir nach der Aufnahme gesagt. Ja. Du hast nämlich nicht meine Damen und Herren gesagt, sondern meine Herren. Echt? Ja, du hast die Damen voll weggeschluckt. Ach so. Ja, gut. Auch mehr für die Kerle, die Podcast-Aufnahme. Laber, Alda. Allah. Was? Was geht? Was laberst du denn? Wir haben Sonntag. Wir haben 12.24 Uhr. Wir sitzen wieder. Ja. Ich bin trotzdem müde. Das ist scheiße. Ja, ich aber auch. Ich hab heute Morgen das Kind übernommen. Das ist... Und gestern Abend noch ein bisschen New World gespielt. Nur ein bisschen. Wie lang? Um eins. Okay, ja. Also um eins hab ich im Bett ausgemacht. Bei der Frau war es auch irgendwie drei Uhr. Ich hab nämlich gesagt, ich würde heute Morgen gerne frühstücken, bevor wir einen Podcast zusammen aufnehmen. So am Sonntag, weißt du? Ja. Und dann hat sich die Frau irgendwann um neun aus dem Bett gequält, kam dann hoch und nochmal, also sie pennt ja im Moment unten und legt sie daneben und sagt so, ich bin so müde, aber ich mach jetzt Frühstück. Ich so, ne, bleib doch im Moment liegen. Ich war jetzt um drei im Bett. Hat sie wieder gezockt, hat New World gezockt. Ist, glaube ich, Level 30 und Angeln Level irgendwas. Nee, ich glaube, die ist höher schon. Nein, die ist Level 31 geworden durchs Angeln und ist, also ihr eigentliches Level, aber das Angel Level ist höher. Ich glaube, ihr Angel Level ist irgendwie um die... Aber ich bin ja schon fast 28, da kann sie nicht erst 30 sein. Sieht halt immer aus. Ich hab noch nicht mal 40 Stunden in dem Spiel. Ja, ist krass, ne? Andere Leute suchten das Spiel durch, Tag und Nacht. Ja, es schließt sich mir schon. Äh, wie das geht und, äh, dass man da die Zeit auch drin vergisst und verliert halt, ne? Mhm. Das hat mich schon clever gelöst, gestaltet, die Geschichte. Du hast nicht, also clever, ne? Ist ja andersrum, gibt's wieder Mechaniken, hab ich festgestellt. Äh, die wollen, also die, sozusagen, du hast einen Bonus, wenn du mal Spiel ausmachst und später wieder anmachst. Dann kommt nämlich so ein Erholungsbonus und dann kriegst du mehr EP und bla bla bla. Ja, also die haben da auch sowas eingebaut. Ja, das hab ich einmal kurz gesehen. Also ich hab, einmal war ich in der Stadt und dann stand da irgendwas, Erholungsbonus, weil ausgeruht oder so. Und das ist ja dann auch schon... Genau, genau. Also sowas gibt's auch. Ja, ich selber hab da nicht so viel, muss ich sagen. Ich hab irgendwie, ich hab immer einen unheimlichen Spaß an, also wenn ich spiele, ist okay, das ist gut, aber das ist eher so ein, so ein, so ein, so ein Zeitvertreib ohne großartige Aufregung. Wenn jetzt nichts anderes zu tun hat, ja. Da haben wir doch, wann war das, am Freitagabend? Haben wir nochmal so ein Daniel gemacht zusammen. Wir haben den Stream beendet und haben dann nochmal gequatscht und dann hieß es irgendwie, ah, ich hab noch die Quest, lass die noch schnell machen. Und dann war das so, war zwar tierisch müde und unsere, unsere Kompanie hat uns da durchgezerrt durch dieses, die erste... Ja, herzlichen Dank nochmal. Ich weiß gar nicht, ob die hier zuhören. Wahrscheinlich nicht. Weiß ich nicht. Also Schokokeks hat, war unser Heiler. Schokokeks war das und wer war der andere? Ja, naja, genau. Ja. Siehst du mal, aber dann... Kleinteile. Kleinteile-Fernichter, genau. Aber da, du, der Heel war on point. Können wir nicht anders sagen. Es war nur einmal eine Situation, wo ich 50% meines Lebens verloren hab, aber das war aber auch nur, weil ich, glaube ich, sinnlos in den Gegner reingestellte. Du standest so ein bisschen außerhalb und der hat dich zufällig getroffen, der Mob, und dann standst du wieder drin im Kreis und war das Leben wieder voll. Das ist next level. War schon ziemlich OP, ja. Und wahrscheinlich auch so ein bisschen wie, wenn früher man bei Diablo durchgezogen worden ist, durch die Dungeons. Ja, das mag sein, ja. Aber cool, also nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Es war zum ersten Mal, dass das so ein bisschen mehr außer nur draufhauen drin war, weißt du? Also so im Ansatz mit, 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 nicht mit Story, aber Dinge machen, also irgendwas, eine Tür öffnen oder so ein Kram. Ja. Ja, so ein Mini-Rätsel, wo wir uns auf die, auf so Plattformen stellen mussten und dann ist ein Tor oder eine Brücke rausgefahren. Ja, ging schon. Es ist, es ist ein, meines Erachtens recht anspruchsloses, äh. Aber, ja, das stimmt. Aber weißt du, was mir immer, immer mehr, wenn ich dieses Spiel spiele, immer mehr in Gedanken kommt, ist dieses, ich hätt gern wieder ein gutes Destiny. Ich würd gerne diese gleichen Mechaniken hätt ich gerne in nem, in nem Shooter, ich bin halt eher so ein Shooter-Typ. Ja. Und, und, äh, da hat mir Slash gesagt, es kommt bald so eine Borderlands-Auskopplung, ähm, mit, äh, ich hab jetzt den Namen verhessen. Aber Borderlands ist doch so ein, eigentlich wie Destiny, oder? Eben, deswegen, ja, 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 ja. So ein, ist ein Lootershooter, ne, so. Mhm. Und, äh, da hab ich richtig Bock drauf jetzt wieder. Richtig Bock. Okay. Wenn Destiny nicht so komisch mit ihrem Bezahlmodell wär, also, da gibt's ja DLCs, die sind kostenlos, dann gibt's die DLCs, die kosten richtig Asche, 39 Euro oder sowas. Das Spiel selber hat mich mal 60 gekostet. Ja. Jetzt gibt's das kostenlos. Es kotzt mich alles so an, da bin ich so genervt von, dass ich da kein, dass ich das nicht wieder installiere. So viel steht fest. Dass das umgestellt worden ist, das Bezahlmodell. Ja, naja, und ich hab mal so viel Geld dafür ausgegeben und dann hieß es, äh, ja, wir haben noch ein schönes DLC, kostet auch noch mal fast so genauso viel. Ja. Ja, nee, äh, seh ich gar nicht ein, seh ich gar nicht ein. Aber das, was funktioniert, wird halt gemolken, ne, ist bei vielen Titeln. Ja, das ist. Und es hat oft einen Beigeschmack, es hat aber auch, es sind auch Spiele, wo man sich nach sehnt, dass man dann auch noch mehr Content bekommt für mehr Geld. Was ja auch, was ja erstmal grundlegend nichts Verwerfliches ist, beim guten Spiel nochmal Content nachzuliefern vom Hauptspiel und dann Geld dafür zu, zu verlangen. Ja. Aber ich finde trotzdem, manchmal ist es so, dass man merkt, Elite zum Beispiel war ja so, ne, Elite Dangerous war ja, die DLCs vorher waren alle kostenpflichtig und hab ich auch bezahlt mit so einem Season Pass. Ja. Ja, also dann als Pakt sozusagen gekauft. Und dann kam ja dieses letzte Add-on, was sie ja leider hart verkackt haben, was am Anfang so sich ganz gut angefühlt hat, aber dann im Koop überhaupt nicht für mich oder für uns funktioniert hat. Nee. Und dann wurden diese Add-ons, die vorher kostenpflichtig waren, auf einmal kostenlos oder integriert im Hauptspiel und da muss ich sagen, das finde ich halt beschiss am Spieler, der da irgendwie investiert hat. Ja, aber es ist, ähm, weißt du, wenn das so über Jahre oder so, weiß ich auch nicht, ich, Destiny war gar nicht so alt und, äh, und auf einmal ist es kostenlos halt, das ist doch irgendwie unfair, weißt du, dann müssten sie sagen, okay, alle, die das Spiel gekauft haben, kriegen halt die DLCs jetzt kostenlos und alle, die das Spiel kostenlos gekriegt haben, die müssen die DLCs halt bezahlen von mir aus. Also, da würde ich noch sagen, okay, da würde ich noch, da gehe ich noch mit, aber fuck you. Ja. Das hat der Spieler, der von Anfang an dabei ist, halt gefickt. Entschuldigung für die Wortwahl. Der ist jetzt mir nichts anderes eingefallen. Ja, passt schon. Das stimmt schon, ja, klar. Also, es ist halt auch so, dass mittlerweile das alles so inflationär ist, die ganzen Spiele, und das bestätigt auch nochmal so ein Vorgehen bei diesen großen Titeln, ne, dass man, wenn du wartest, eigentlich besser dran bist. Ja, ist so. Natürlich ist immer dieses Bedürfnis, ich will einer der Ersten sein, oder ich will das von Anfang an erleben, dieses Spielerlebnis, aber du bist eigentlich besser dran, wenn du später einsteigst. Und das ist nicht nur auf irgendwelche Early Access Titel gemünzt, sondern halt auf alles, also auf jedes Spiel, weil du sparst unheimlich viel Kohle, wenn du wartest, ja, bis auf solche, bei Nintendo ist immer preisstabil, ne, bei Nintendo bis da mal was in der Sale hat. Da hab ich überhaupt keinen Überblick, aber ich glaub ja, ich glaub da, also, das ist der Wahnsinn. Ja, PlayStation hat schon oft Sales oder sowas in der Art, und Xbox hat ja durch diesen Xbox Game Pass da ja auf jeden Fall ein ganz gutes Modell, und da sind ja, das ist ja das Geile bei dem Xbox Game Pass, dass da viele Titel auf einmal mit drin sind, weißt du? Also, das, jetzt zum Beispiel Back 4 Blood, was neu rauskam, ist alles im Game Pass drin, ne, hast du für einen Zehner im Monat kannst du datteln. Und im Prinzip kostet das Spiel, glaub ich, 60 Euro, wenn du das mal hochrechnest, hast du ein halbes Jahr, oder sogar mehr, aber du hast auf jeden Fall ein halbes Jahr, was du fürs Geld für nur Back 4 Blood, Back 4 Blood ausgeben würdest, könntest du ein halbes Jahr den Season Pass nutzen und auch andere Titel zocken, sei es ein Flugsimulator, etc., ja. Ja, das ist in so einem Fall auch ein gutes Modell, finde ich, ja. Absolut, absolut, weil ich finde, das ist auf jeden Fall die bessere Art, also dieses monatliche Zahlen, auch wenn du im Nachgang vielleicht mehr zahlst, ist auf jeden Fall angenehmer, finde ich, als jetzt zu sagen, ich zähle halt irgendwie 30 Euro für irgendeinen DLC und spiele das gar nicht so, dass es sich lohnt im Verhältnis. Ja, nur weil ich das möchte, ja. Ja, oder wie Far Cry, ja, kam jetzt raus, der neue Teil. Ja. War ja, Bewertungen sind ja auch wieder so semi, so 79 Prozent oder sowas. Ist nur semi, ja, ich hab gar nicht reingeguckt, nee. Der Interesse ist nicht so riesig, äh, bei mir weiter, also, ist halt so ein, ach. Das ist halt Far Cry. Also von der Mechanik wird's ja genauso sein wie immer, oder? Denk ich mal. Ja, weil du sagst, du hast einen Kieran gefordert und wolltest spielen. Ja, ich hätte es gespielt, hätte ich es schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ja gehypt bin oder dass ich darauf hinfieber oder dass ich unendlich viel Bock drauf habe. Ich würde es gerne sehen, weil es bestimmt hübsch ist und sicherlich auch an manchen Stellen Spaß macht, so. Also gerade so sinnlose Zerstörung ist ja jetzt schon auch, auch eine Art Lebensinhalt. Kommt dir nahe. Ja. Ja. Ja, mich, also mich nervt's halt. Ich muss auch sagen, dass ich genauso da sitze und wenn ein neuer Titel rauskommt, sitze ich da vor, denke, oh, den würdest du gerne spielen, weil es einfach gut aussieht. Ich fand Far Cry 6, was man auf den Screenshots oder so gesehen hat, sah auch wirklich interessant aus, aber man muss dann halt auch sagen, dann muss man halt weiterdenken, ne? Das ist so, macht's dann wirklich Spaß? Ist es dann wirklich dein Spiel? Genauso Diablo, ups, gegen das Mikrofon. Diablo 2 Resurrection, weißt du, was jetzt da vor kurzem rausgekommen ist. Habe ich gestern so Gameplay gesehen, groß auf dem Fernseher und dachte, boah, das sieht aber schon ganz gut aus, ne? Also die, so die Grafik. Aber das Spiel kostet halt immer 40 Euro für ein Remake, also. Ja. Und ich habe ja vorher auch nicht Diablo 2 unheimlich lange gespielt, dass ich sagen würde, es lohnt sich, ja? Und das ist dann irgendwie auch, ja. Aber das ist immer das, was ja auch Spieler insgesamt, glaube ich, haben, dass sie halt auf was schielen, was geil aussieht und dann, oder vielleicht dann auch noch vermittelt bekommen, dadurch, dass wir es spielen, oder andere Streamer oder sowas, oder YouTuber. Und dann spielen sie es selber und dann denken sie so, boah, hm. Ja. Geil war es jetzt gar nicht, ne? Ne. Also bei Diablo ist es halt so, du verkaufst halt auch einen Gedanken, ne? Einen Gedanken von früher und ein Gefühl von früher verkaufst du für 40 Euro, machst du es ein bisschen hübscher und dann ist es im Endeffekt genau das gleiche wie früher, nur halt hübscher. Ja, genau. Das sind halt diese, nicht diese Remakes, sondern, äh, was gibt's das? Remastered, Remakes? Remastered, genau. Das sind Remastered, wo man halt Grafiken aufhübscht, aber das Spiel nicht großartig verändert. Also vielleicht in Nuancen, weil es halt nicht zu dem modernen Spielfluss passt oder weil es schon immer gestört hat. Aber nicht so wie diese, ähm, äh, zum Beispiel Resident Evil-Teile, wo ja wirklich, wo ja wirklich richtig viel ersetzt worden ist, ne? Also wo ja, also Resident Evil, was war das jetzt, die letzten Teile, die wirklich Remakes waren oder nochmal neu aufgelegt, die waren ja komplett Spiele, da war ja nur Teile. Ja. Ja, das find ich schon gut. Ja. Da find ich dann auch einen Preis gerechtfertigt, aber irgendwie 40 Euro für bessere Grafiken, das ist genauso wie mit Age of Empire oder solchen Dingern, wo die Leute schon seit Jahren drauf fiebern und dann machen sie einen Remastered Collection, bla bla bla. Nur mal schnell, um nochmal, das ist ja die, genau. Ein Cash Grab. Und dann, dann, dann... Das Spiel bleibt, äh, scheiße. Naja, also nicht alle waren ja scheiße. Ja, nicht scheiße, aber es ist auf jeden Fall das gleiche Spiel. Ja. Oder auch hier... Ist das eigentlich eine Nummer, äh, für uns? Age of Empire? Ja. Boah, nee. Der neue Teil. Also ich würde auf jeden Fall mal gerne reinspielen, weil ich da irgendwie Erinnerungen hab, aber Age of Empire war ja schon immer eins, was eher dann, ähm, so in die Richtung ging, bau dir was auf und führe dann Krieg gegeneinander und das ist eigentlich nicht so meins. Ich mach eher das City Builder. Nee, ich glaube nicht. Mann, ich dachte, wir könnten mal, weißt du, so eine Competition, dann machen wir so eine interne, äh, Meisterschaft. Dann musst du ja Bob fragen oder so, die sind, glaube ich, eher... Ja, aber ich kann ja nicht nur gegen Bob spielen. Ist ja klar, dass ich gewinne, aber da brauchen wir auch ein bisschen Spannung. Bitte? Ich glaube, dass Bob dich hart abzocken würde. Auf gar keinen Fall. Bob ist jünger, agiler. So viel jünger ist er nicht. Wir denken nur, er ist jung, weil er sich so anhört. Agiler ist er auch nicht mehr, weil er hat jetzt eine Frau, zwei Katzen, da ist agil, ist, äh, weit von entfernt. Sind beide Füße schon mal beschwert, an den linken hängen beide Katzen, an den rechten die Frau. So sieht's aus. Rumpelst du Männer vorne. Ich habe damit schon lange, ich lebe damit schon, lange. Ja, ja, ja. Ich habe, meine Beinmuskeln sind trainiert. Da ist Ali, die Beinmuskeln. Außerdem ist bei mir im Kopf ja auch viele Synapsen sind verknüpft so, also um Lösungswege zu finden, weißt du, um schnell Lösungswege zu finden. Und das ist ja bei ihm nicht mehr so. Ja, die Überlebenstechniken werden verfeinert. Wir werden sehen, ich werde ihn schon noch dazu kriegen, ist er hingewischt. Verstehe. Ich glaube, Bob kriege ich halt so, wenn ich ihn disse. Du meinst mit Zermürmen schon mal im Vorfeld schon mal. Ich will, dass er sich richtig reinspielt in das Spiel, weißt du. Dass er das richtig aufsaugt, damit er möglichst so Rocky-mäßig. Die Treppe hochstürmt. Genau so. So stehe ich mir jetzt vor. Ja, ich finde persönlich, dass diese, also was bei Spielen oft passiert, ist ein Eindruck vermitteln, dass es irgendwie ein Haben-Wollen vermitteln und dann. Daraus Kapital schlagen. Aber es ist ja selten so, dass Spieler einen überraschen. Und als Spieler funktioniert das ja auch gut. Man wird ja verführt. Man lässt sich ja verführen, weil man sieht dieses Spiel und denkt, das muss ich unbedingt spielen. Und dann, wenn man mal trocken reflektieren würde, was man da gerade machen will. Ich will das Spiel, jetzt nehmen wir Diablo 2 noch mal als Beispiel. Was ja seit Jahren auf dem Markt ist und auch durchaus spielbar war. Es ist ja nicht so, dass es nicht spielbar gewesen wäre, weil, keine Ahnung, die Auflösung nicht stimmt. Ja. Stimmt. Spiel ich wieder und es sieht einfach nur besser aus. Und das ist ja eigentlich, boah, das ist ganz schön schäbig irgendwie, finde ich. Weil ich hätte es ja die ganze Zeit schon spielen können. Und dann spielen es noch ein paar namhafte Influencer, weißt du, und machen da irgendwelche Kampagnen mit. Und dann wird der Dings noch mehr angeheizt. Und dann denke ich mir so, boah. Ja. Dieses Spielen wollen, also oft ist es ja so, bei gerade großen Influencern, dieses Spielen wollen, vermitteln, macht jeder, wenn er spielt und Spaß dabei hat. Aber dieses Auf-Teufel-komm-raus mit noch Geld dahinter und Werbekampagne und, ah, guck mal, ich hab dir die Far Cry 6 Collectors Edition unboxed, ist ja so geil. Da ist eine Plastikwaffe dabei, mit der ich nichts anfangen kann, die einfach nur blöd in meinem Raum rumsteht. Geil. Und das funktioniert ja bei vielen Sachen gut, das ist ja nicht nur bei Spielen. Wenn du jetzt die Star-Wars-Jünger anguckst, die sich jeden Baby-Yoda und Dings kaufen wollen, funktioniert das genau auch. Das ist auch eine Geldmaschine, ohne Ende. Da gibt es ja auch so Laserschwerter und in allen möglichen Preiskategorien. Also ich glaube, bei Star-Wars gibt es ja wirklich alles. Was du willst. Star-Wars als Beispiel, aber das ist mit eines der Größten, wo das Bedürfnis an haben wollen vermittelt wird. Und teilweise auch für Preise, wo ich denke, so wow. Ja, weil immer auch dieser Sammler-Gedanke da wahrscheinlich drinsteckt. Und ich kaufe zwei, einen zum Auspacken und einen zum Hinstellen. Zum Einschmelzen, äh, Einpacken. Ja, Einschmelzen, genau. Einschmelzen, gut. Ja, 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 wie mit diesen VGA's, weißt du, diesen Videospielen, die dann irgendwie in Ladenzustand eingeschweißt werden, damit sie dann bewertet werden und dann Tausende von Euro auf einmal wert sind, wo ich so denke, eigentlich ist es nur ein Datenträger für eine Spielidee. Weißt du, es hat ja, klar ist diese Packung, aber so dieses, also irgendwie, wenn du damit anfängst, musst du schon echt zu viel Geld haben. Ja, das auf jeden Fall, ja, wenn das als, ist wahrscheinlich sogar eine stabilere Geldanlage als, sag ich jetzt mal, Aktien oder sowas, als bestimmte, machen wir es so. Ja, mag sein. Aber du hast jetzt nicht Unrecht, also das schon, ja, es ist fragwürdig, aber da steckst du halt nicht drin, also das ist halt wie mit allem, glaube ich, was man sammelt oder nicht sammelt. Ja, aber Spiele sind ja auch so ein vergleichbares Ding, ne, also wenn du ein Spiel geliebt hast oder sowas oder bei mir waren es damals DVDs oder Blu-rays, ich meine, Leon der Profi habe ich auch in allen Varianten, ob digital, ob auf Blu-ray, auf DVD, weißt du, und eigentlich ist der gleiche Film. Aber du hast jetzt nicht nochmal die extra eingeschweißte Erstfassung von 1994 mit Original. Also ich würde es immer nutzen, ne, also ich würde es immer nutzen. Bei Leon der Profi damals war es ja noch so, dass sich auch viel verändert hat, also das war ja von der Ursprungsfassung, gab es ja dann Directors Cut, der ja auch wirklich den Film nochmal perfekt gemacht hat, also finde ich, von der Handlung. Und dann gab es auf der 10th Enriser Edition, gab es halt ein ewig langes Interview mit Jean Reno, wie er von Luc Besson das Drehbuch bekommen hat und solche Sachen mit so Hintergrundinformationen. Das wird ja dann entsprechend auch verpackt. Aber der Grundfilm, den ich mir angucke, der war halt mehrfach dann vorhanden. Ja. Ich hatte es ja, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, die letzte Remastered 4K-Version auf Apple TV oder wahrscheinlich auch auf Blu-ray, sieht ja aus wie ein neuer Film, ja, das ist ja fantastisch. Also wenn du so einen Film magst und siehst den dann auf einmal im ganz neuen Gewand und der ist auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen, wie soll man das sagen, so kontrastreich gedreht, also sieht so ein bisschen düster aus, weißt du, so, so, naja. Ja. Verstehe ich schon. Protokoll? DLC-Politik haben wir aufgeschrieben, hab ich aufgeschrieben. Wow. Keine Ahnung. Ähm. Naja, gehört ja dazu. Remastered. Ist es ein Ausnutzen von Fans? Also ist es, ähm, ja? Ja, finde ich schon. Teilweise? Ja, würde ich schon denken. Mhm. Ist wahrscheinlich auch was, was manche wollen, ne? Ist schon was, gib mir mal das bitte in schön nochmal, das würde ich schon gerne haben wollen. Aber für die Leute, die so sagen, oh, ich würde nur mal reinspielen oder reingucken oder wie auch immer, das ist es halt, für die ist es halt nicht. Mhm. Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich hatte selber die blaue Edition von Pokémon im Original, weißt du? Die ist heute so und so viel, 1000 Euro wert oder so, für ein Gameboy. Ja, aber ich glaube nicht im bespielten, nicht im bespielten. Nee, 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 nee. Also, gut, weiß ich nicht, ob ich, ja. Ja, gut, ich glaube, das Thema hatten schon ein paar Mal, gerade die Remastered- und Remake-Geschichte. Ja. Hast du mal was gesammelt irgendwie? Papiertüten. Ich habe aus allen möglichen Ländern, wir sind früher viel gereist, habe ich mir Papiertüten mitgenommen. Also, damals waren ja Papiertüten eher selten. Das gab es meist in Klamottenläden. Da weißt du, wenn du Jeans gekauft hast, hast du so eine Papiertüte bekommen. Wow, ja. Und ich hatte in meinem alten Zimmer die ganze Wand voll mit Papiertüten, also so Levi's und Dings und also irgendwelche, nicht jetzt so Standard-Tüten, da war nicht irgendwie die Aldi-Tüte dabei, sondern es war halt irgendwelche Levis-Strauss-50-Jahre-Edition oder so ein Klamotten-Kram, genau, ja, genau, fand ich damals ganz hübsch. Und Uhren, habe ich mal so, also DVDs und Uhren, das war so das Einzige. Ja. Aber dann habe ich irgendwann, ich hatte immer das Bedürfnis, oder ich war immer der Meinung, ich muss alles besitzen, ob es auch MP3s war, also MP3s habe ich gesammelt, also in Form von wirklich digitalisiert, da ist ja kein Wert dahinter, außer die Arbeit, die du machst, diese MP3s irgendwie so hübsch zu machen und habe mich hingesetzt und habe zu jedem MP3 dann das Cover mit eingearbeitet und Hintergrundinfos, wann das Album auskam, solche Sachen. Echt? Ja. Oder Filme in Form von DVDs, dann später Blu-rays. Aber das war dann so Mitte, Anfang Blu-rays, habe ich dann irgendwann geblickt, nee, was hast du davon? Du guckst die Filme auf Spezielle, guckst du mehrfach, klar, aber der Rest steht alles noch im Regal, weil du einen Film gut fandest, musst du nicht gleich haben wollen. Und dann habe ich aufgegeben, also bei mir gibt es keine, ich habe zwar noch die Sammlung, die ich jetzt noch, die ich bis dahin hatte, also da ist ein Schrank voll mit DVDs und teilweise auch recht seltenen Dingern und Blu-rays, aber ich habe keine mehr gekauft und auch Musik gibt es für mich Spotify, da gibt es zwar nicht alles, aber es gibt so viel gute Musik und ich muss nicht alles besitzen, ja, also ob ich jetzt diesen einen Song in diesem Moment nicht hören kann oder diesen einen Film nicht gucken kann, ist mir relativ, also da bin ich leidenschaftslos mittlerweile, weißt du, also die, mir ist das mittlerweile egal, ob ich den jetzt verfügbar habe, also es ist genauso wie mit Kinofilmen, ja, ich finde Kino gut, aber ich bin auch nicht traurig, wenn ich den Film jetzt nicht bei Release erst sehe, weißt du, ich kann hier immer noch später gucken. Nö, tut auch nicht weh. Wir haben, Black Widow war jetzt kostenlos bei Disney und hatte ja zwischendurch auch irgendwie 26 oder 21 Euro gekostet. 21, ja. Aber es waren zwei Monate, wenn überhaupt nicht mal, glaube ich. Das ist ja auch so ein Bedürfnis erzeugen, ne? Also so dieses Musik. Du kannst ihn schon gucken, wenn du willst, kostet aber ein Schnappengeld, ja. Ja, aber es ist ja fair, es ist ja in Ordnung, also muss er nicht. Kann ja jeder machen, wie er möchte, also wenn er Geld investieren möchte, guckt er sich um. Absolut. Wie mit Free Guy, gut, der kam aber direkt, gell, der war nie bezahlt, ne? Free Guy war, glaube ich, direkt. Nee, der kam hochreißend im Kino, aber da ging's, da war es zwei Wochen, drei Wochen oder so und dann war er schon bei. Da waren wahrscheinlich auch keine Umsätze dahinter. Bei Disney, weiß ich nicht. Nee, ich meine jetzt insgesamt, weil die Kinos ja nicht, also haben zwar teilweise offen, aber können nicht ausgelastet werden, wie es der normale Ding ist und ich glaube, dass dann die Einspielergebnisse natürlich unter dem sind, was man vor Corona vielleicht hatte. Ja, also das definitiv. Das kannst du ja überhaupt nicht vergleichen, glaube ich. Schade eigentlich. Der neue Jim Sponsor soll irgendwie gar nicht so gut sein. Ist der schon rauf? Der ist im Kino. Oha. Meine ich, oder kommt jetzt, aber ich hab so ein paar Kanäle, wo Reviews, also von ein paar YouTubern und da war immer so die Kritik eigentlich mehr so, oh, was da passiert, hätte man irgendwie nicht ganz. Okay. Wer weiß, was passiert ist, wer weiß, wie oft sie den umgeschnitten haben in der Zeit, ne? Das kannst du haben, ja. Mhm. Aber ich glaub, ich hab heute, hab ich den neuen Trailer von Batman gesehen, The Batman, der ist schon gut. Oh, den hab ich noch nicht gesehen, hab ich noch nicht gesehen, wollte ich mal anrufen. Der ist gut. Ja. Der find ich gut. Das wird auch, das wird auch wieder ein sehr düsterer Batman. Ja, hoff ich. Das wird richtig dunkel. Gut, wir kommen ja aus einer Zeit, wo Arnold Schwarzenegger den Frostman gespielt hat, weißt du, mit, mit, wo das alles sehr comicartig und Slapstick-Einlagen mäßig war und. Das war schwierig. Deswegen find ich irgendwie, find ich's gut, wenn da so ein bisschen Dark Knight, die Nolan-Dinger waren ja auch sehr, sehr cool. Die waren richtig geil. Deine Cam macht den Autofokus, die pumpt ab und zu so. Ja, ja. Wenn ich weggucke, wahrscheinlich sieht's meine Augen nicht. Ja, dann weiß ich nicht mehr, wo sie hingucken soll, weil es gibt. Zeischi, zeig dich. Nicht verstecken. Ach ja. Leute, letztes Mal hatten wir Kennenlernfragen, die, ähm, ich nenne es jetzt auch mal gut ankamen, waren einiges Feedback, wo es hieß, mach das auch zum Standard oder so weiter und, ähm, hast du was? Hast du was rausgesucht? Nee, wieso? Du warst jetzt hier der Kennenlern, du wolltest mich doch kennenlernen. Hast du jemals dem ja und das Herz gebrochen? Ich bin doch der Interessante von uns. Man muss dazu sagen, dass, wenn man solche Kennenlernfragen googelt, dann sind's oft für Beziehungen. Aber da sehen wir uns ja auch. Ja, können wir mal probieren. Was ist das für eine Frage? Also, hier, bist du links- oder rechtshändler? Wärst du bereit zu wechseln? Hä? Schießt auf Männer oder Frauen? Wärst du bereit zu wechseln? Klar. Klar, mach ich mal. Links- oder rechtshändler? Das hat ja wohl, ja. Ja, wieso wäre man bereit? Wieso will man als rechtshändler Linkshänder sein oder als linkshändler Rechtshänder sein? Naja, vielleicht, weil Linkshänder nicht so anerkannt sind und deswegen wirst du bereit zu... Nee, weiß ich nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Früher haben sie die Leute wirklich gezwungen, ne? Du musst die rechte Hand nehmen. Ja, ja, ja. Das ist ja unfassbar. Ja, aber die schmiert ja auch immer über das Papier, wenn du geschrieben hast. Auch blöd. Ich sehe so, manche Kollegen haben sich dann angewöhnt, die Hand so abzuknicken und praktisch... Also als linkshändler jetzt, ne? Und dann praktisch über dem Papier zu halten, damit du nicht mit dem Handrücken direkt die frische Tinte... Also es geht ja um Tinte oder sowas oder Farbe, die nicht schnell trocknet, zu verschmieren. Aber wenn man als linkshändler dann doch so klug ist, warum schreibt man nicht rückwärts? Wenn man so viel besser ist. Erstmal ein Diss an alle linkshändler. Schon okay. Schwierig. Gefällt dir denn dein Vorname, Benni? Gefällt mir mein Vorname? Ich habe mich daran gewöhnt. Würdest du lieber Benjamin heißen? Ich hätte... Ich wäre gerne ein Christian gewesen. Aber früher war es so ein Ding... Wolltest du mal ein Christian heißen? Ja. Ich wollte eigentlich... Also Benni... Ja. Mein Vater heißt Christian, aber mit K. Ja. Der hat gesagt, ich heiße jetzt Christian und ich mache noch einen obendrauf. Ich mache noch ein K dran. Ja. Nee, das ist aber dann so ein... Das ist ja kein richtiger Christian. Nee, das kommt von Hans Christian, glaube ich. Das kommt eher aus dem osteuropäischen Ausland, glaube ich. Ist ja mit K. Ich dachte, das ist die Kurzform von Hans Christian. Also Hans Christian als Doppelname. Also ich verbinde das jetzt gerade mit Kroatien. Ah, okay. Aber ich weiß... Weil es K in Kroatien für Christian steht? Ich kannte jemanden, der war aus der Richtung von da und war ein Christian mit K. Ah, okay. Ja, kann sein. Möglich. Aber hören sagen, Herr Richter. Wie immer hier. Hättest du gern Christian gehiesen? Ja, also ich fand meinen Namen nicht so toll. Mittlerweile finde ich ihn schon okay. Es ist halt... Selbst wenn ich im hohen Alter, würde es immer ein Kindername sein. Wäre ich immer Benni. Immer Opa Benni. Aber Benni ist... Ach so, weil es ein Kind... Findest du das gut, weil es ein Kindername ist oder nicht? Ich finde es nicht so gut. Weil es ein Kind... Aber Benjamin will ich auch nicht heißen. Das ist ja auch ein schlimmer Name. Benjamin klingt aber wie, als hättest du dein Polohemd bis nach oben zugeknöpft. Richtig, richtig. Also jetzt kein Diss an alle. Also jetzt auch kein Diss gegen dich. Aber Sebastian Kurz sieht halt auch aus wie ein Sebastian. Er sieht halt auch aus wie ein Sebastian. Den hast du als erstes... Ja, das stimmt. Der könnte auch Fabian heißen. Ja. Oder Fridolin. Also mir ist mein Mann zum Beispiel zu lang und bei mir ist auch noch das Problem, dass meine Initialen scheiße sind, ne? Ja. Das stimmt. Bei dir du klingst wie eine Tankstelle. Ich halt wie... Ja, ich bin mit einer Tankstelle und du bist eher... Ich wäre der faschistische Teil der Nation. Ja. Das stimmt. Das passt ja auch zu mir. Das steht bei dir bei Google wahrscheinlich, ne? Ja. SS. Grundlegender Faschist, ja. Entschuldigung. Ja. Oh, habe ich da jetzt was revealed? Nein, ne? Doch, habe ich revealed, dass der Nachwahl mit S beginnt. Ja, und einer mit P, aber das ist ja... Oh, ho, 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 ho. Pilatus. Pilatus. Lassen wir mal die Anwälte klären, ob das in Ordnung ist. Benny Pilatus. Benny Pilatus. Oder Pilamann. Er weiß das schon. Ja. Warum habe ich auch... Nee, ich habe es nicht gesagt. Du hast es gesagt. Benny Pilamann. Das klingt dann für immer wie ein Kind. Und du bist Sebastian Schwanz. Ja. Aber deswegen mag ich meinen Nachnamen auch nicht. Sebastian Schnulli. Sebastian Schnulli. Ja, fantastisch. Schauen wir es wieder. Sebastian Schnulli und Penny Pellermann. So, und dann hat man das auch geklärt. Jetzt haben wir unseren kompletten Nachnamen revealed. Mann, Mann, Mann. Dann musste ja immer mal ausgesprochen werden. Ah, schön. Okay. So, haben wir das auch? Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, warum wir das jetzt noch machen wollen. Was wollen wir da jetzt oben drauflegen? Wir brauchen eine nächste Frage. Wir haben ja die Namen geklärt jetzt. Gefällt dir dein Vornamen? Hast du Angst vorm Sterben? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage und das kommt auch immer drauf an. Es gibt Momente, wo ich denke, auf gar keinen Fall darf das jetzt, darf das zu Ende sein. Es gibt so Momente bei mir, wo mir bewusst wird, jetzt gerade, weil wir drüber sprechen, wird mir bewusst, ich bin ein Teil, ich bin ein Mensch. Und endlich. Ich gucke von innen nach außen. Ich kann meine Hände bewegen. Das ist dieses Bewusstsein. Ich bin mir meines Lebens bewusst. Ich weiß, was ich jetzt hier tue. Ich weiß, wo ich hingucken muss. So. Es gibt natürlich auch so Autopilot-Momente. Ist ja ganz klar, wo du dann danach denkst, wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Beim Autofahren habe ich das oft. Autopilot-mäßig. Hä? Moment, wo du hingekommen bist? Was meinst du, jetzt konkret in die Situation, wo du jetzt gerade fährst? Ein Weg. Ich fahre jetzt zur Arbeit und auf einmal bin ich schon, also bedanklich war ich irgendwo anders und auf einmal bin ich aber schon fast da. Du hast nicht, du weißt nicht, genau, ich weiß, was du meinst. Sie überspringen so, ne? Genau. Von Situationen, ja. Ich muss mal kurz den Kater reinlassen. Ja, mach mal, mach mal. Du hörst mich ja jetzt auch nicht. Nee, ich verstehe, was du meinst. Ja, absolut. Ja, aber er hört mich trotzdem nicht, deswegen rede ich jetzt einfach weiter. Ist auch total unprofessionell. Er steht jetzt hier tatsächlich auf und geht jetzt, jetzt kommt er gerade wieder. Ja, siehst du, genau. Genau, so sieht es nämlich aus. Jetzt aber schon wieder da. So. Hm? Was, Alika? Ich war jetzt hier eine Viertelstunde ruhig. Ja, hast nichts gesagt. Jetzt musst du einen Podcast hören, damit du hörst, was ich gesagt habe. Ja, jetzt muss ich reinhören. So, die Aufnahme ist gestoppt, das kann ich nicht, das ist einfach auch denunzierend. Du hast gestoppt? Nee. Klar. Nein, habe ich nicht. Oh. Laufen lassen. Jetzt nochmal zurück zur Frage. Ja, lass uns mal ernst bleiben, ja. Es gibt Momente, wo ich denke, das Leben kann halt einfach nicht vorbei sein. Also, wo mein Bewusstsein kann ja nicht einfach aufgehen. Und für immer schlafen würde bedeuten, dass ich für immer träume. Oder sowas. Also, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das Bewusstsein einfach aufhört und deswegen glaube ich entweder an Wiedergeburt oder an Geister. Und deswegen habe ich nicht so. nicht so wirklich Angst vorm Sterben. Okay, deine Aussage ist, du glaubst daran, dass das, was du denkst, oder nennen wir es einfach mal Seele, dass das weiter besteht. Genau. Ich nenne es halt Bewusstsein, um wenig kirchlich zu sein. Kirchlich. Aber ja. Mhm. Und du? Angst vorm Sterben. Ich fände es unheimlich schade, dass es zu Ende ist, weil irgendwie, also, mich fuckt das zum Beispiel ab, dass ich mir so denke, manchmal so, boah, jetzt gehst du auf die 50 zu. Also, mit viel Glück und der modernen Medizin hast du nochmal ungefähr das, was du jetzt schon hinter dir hast. Ja. Das ist ja auch oft, was man gar nicht mehr so erfasst, was man schon alles erlebt hat oder gesehen hat und solche Dinge. Das würde mich ganz schön stören und ich würde ganz gerne so diese ganze technologische Entwicklung, sei es Computerspiele oder VR oder was, das würde ich gerne noch ewig miterleben dürfen. Ja. Ich bin unheimlich brennend interessiert natürlich als der, der diesen mit jeder umher macht. Das ist so, so Dinge zu erleben. Also, ewig leben hat man, glaube ich, schon mal das Thema, meine ich, in einer letzten Folge würde ich nicht, weil das, das hat der Joko Winterschatt in einer Frage ganz gut in seinem Podcast beantwortet. Damit wärst du antriebslos, weil du weißt, es ist ja eh ewig lang, was stört dich, was willst du machen? Du hast ja gar keinen, gar keinen Motor, weißt du, in dem Moment. Aber so dieses Bewusstsein, dass die Zeit immer kürzer wird und dass man jetzt im Zweifelsfall die Hälfte schon verbraucht hat, weißt du, so dieses halb voll, halb leer Gerede, so das würde mich stören und natürlich für die, die da bleiben, weißt du, also so dieses, diese Vorstellung, seinen Partner zu verlieren oder dass der Partner dich verliert, das ist in beiderlei Hinsicht ein riesiger Abfuck, weißt du, so dann lieber wie Roman und Julia, das letzte Gift noch schlucken und gemeinsam gehen, also wäre meine, meine Wunschvorstellung, weil ich möchte nicht alleine sein und ich möchte auch nicht jemand alleine lassen in dem Moment, weißt du, das ist so dieses, ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt über die Jahre gelernt habe, wo man Oma und Opa verabschiedet hat und solche Sachen, weißt du, und im Zweifelsfall auch irgendwann die Eltern, dass umso älter man wird, wird umso, 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 wie soll man das sagen, umso leichter wird es vielleicht, oder leichter ist ein doofes Wort, aber, damit abzuschließen oder damit klar zu kommen? Genau, damit klar zu kommen, dass dann derjenige nicht mehr da ist, genau. Ich glaube, mein rationelles Ich sagt, wenn du nicht mehr bist, ist auch nichts mehr, da ist Licht einfach aus, weißt du, wie wenn du hier in Vollnarkose gelegt wirst, weil dein Kopf gar nicht mehr arbeitet, also das ist einfach nicht mehr da, fertig, ist einfach so und ich glaube, dass wir uns manchmal auch viel zu wichtig nehmen als Individuum, weißt du, also wir glauben immer, dass wir besonders intelligent sind oder in irgendeiner Form eine Rolle spielen und ich glaube, das ist dann einfach vorbei. Das ist mein wissenschaftliches Ding, ja, und mein anderes Ding geht so mit der Theorie meiner Mutter, dass es halt eine Wiedergeburt gibt, so ein bisschen buddhistisch oder so. es ist genau das, was ich meine, also ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass diese Momente, wo ich mir meiner selbst bewusst bin, einfach enden und einfach für immer aufhören und deswegen denke ich, entweder ist deine Seele, Geist, deine Bewusstsein immer noch da, also schwirrt hier rum in Form von dunkler Materie oder so, keine Ahnung und sowas wie Schutzengel gibt es halt denn so, einfach oder ich kann wiedergeboren werden und werde halt im nächsten Leben von mir aus ein Hamster. Also blöd, hast du auch noch eine kurze Spanne. Gut, bist du eine kurze Spanne, dann bist du danach halt was anderes. Eine Eintagsfliege. Auch doof. Auch doof. Ja. Ich gebe eine, pass auf, wenn wir schon mal dabei sind, es gibt ja diese, diese, dieser YouTube-Kanal kurz gesagt. Mhm. und da war das auf mich kurz. Diese Dinge erklären, oder? Genau. Und da war, da war letztens halt, da habe ich doch letztens, da habe ich schon so einen tiefgründigen Ding und so einen Kief, ne, habe ich schon gemacht und hier gibt es auch so einen, vielleicht finde ich den gleich nochmal, so ein Video dazu. Ja. Weißt du, wie, wie das sein könnte, dass du schon eine Wiedergeburt bist, du kannst dich aber nicht an dein letztes Leben erinnern und du wirst halt immer wieder geboren, aber du, und irgendwann steigst du dann halt auf, ist doch egal. Also ich kann dich jetzt sowieso, ich kann dich jetzt sowieso nicht erklären. Nee, nee, aber das Video ist ja wirklich ganz interessant. Das ist ein cooles Ding, ja. Ja. Ja, ich glaube, also ich bin, ich bin, da kommt wieder der Wissenschaftler durch, der sagt dann, dass das eher so ist, dass die, dass die, so wie ich meinte, Licht aus, ne, und so weiter und ich glaube immer, jede, jede, noch so romantische Vorstellung ist eher ein Trösten, weißt du, das ist so wie ein Gottglauben, für mich. Möglich. Jeden Gläubigen möchte damit nicht für den Kopf stoßen, aber das ist halt nun mal meine Sicht der Dinge. Ich glaube einfach, dass das immer, wenn du selbst nicht mehr kannst, in Hoffnung und irgendwas siehst und dann ist es halt die Wiedergeburt oder den Glaube an Gott oder an irgendwas Höheres, heißt du so. So, jetzt ist raus. Krass. Krass. Ja, nee, aber Angst nicht wirklich, nee, Angst nicht wirklich, einfach nur ein mulmiges Gefühl zu reflektieren, was dann in der Situation passiert, weißt du? Ja. Ich will immer alles abgesichert haben, ich will, dass es allen gut geht, dass alles da ist, um das Leben zu regeln, weißt du, so. Ja, mich würde auch brennend interessieren, wohin wir uns entwickeln, ne, also so. Du dich persönlich? Hä? weißt du, weißt du, also. Ja, aber schaffen wir es auf dem Mars? Ja, wir werden es schon schaffen, aber schaffen wir es, die Erde zu verlassen, bevor sie kaputt geht? Oder, oder sowas, weißt du, so eine Sache. Ich befürchte, dass wir uns mit den Situationen immer arrangieren werden, dass wir wie mit Corona anfangen Masten zu tragen und zu impfen oder wenn die Sonne zu heiß wird, weil wir das mit der Umwelt nicht so ganz hingekten. Genau, dass wir das immer irgendwie mit fünffach verglasten Fenstern, die die Superstrahlung abhalten, ausregeln und so Sachen, also, ich glaube, der Mensch, der schafft sich dann sein Umfeld, wie es am besten ist. Ich glaube, jetzt der Schritt, der Schritt in irgendeine Fähre zu steigen und dann auf dem Mars auszusiedeln, ist ja auch nicht gerade verlockend, weil der Mars ja erst mal von der Grundsache her eine Umbegebung ist, die nicht... Ja, aber vielleicht nicht der Mars, sondern Jupiter-Mond oder sowas. Oder das Beam wird erfunden. Oder vielleicht schaffen wir es wirklich auf Lichtgeschwindigkeit und durch, weißt du, und finden eine zweite Erde, Ja. Wäre schon interessant. Parallelwelten. Ja. Ja, also Angst vor dem Sterben, nö. Also nicht wirklich, die Umstände sind irgendwie doof. Das selber, das, also möglichst ohne Schmerz und so ein Kram. Ja, ja, ja. Ich bin nicht irgendwie in so einem Krankenbett dahin, sehe ich in einem... So sieht es aus, ja. Würde ich mir wünschen, dass das möglichst zügig vorbeigeht. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und ich möchte auch nicht hier irgendwie an irgendwelchen Maschinen hängt, da irgendwo, das wäre für mich auch nicht lebenswert in dem Moment. Das ist auch so ein Ding. Hast du? Ja. Ja. Wow, super. Haben wir die Stimmung an diesem Podcast zum Wochenstart mal wieder richtig runtergezogen. Geil. Nee, hast du... Guck mal, das ist eine gute Folgefrage. Sinn des Lebens. Siehst du einen Sinn im Leben oder hast du das Gefühl, dass es einen Sinn des Lebens gibt? 42. Nee. Fortpflanzung. Der Sinn des Lebens besteht in meinen Augen her für Tiere, und da stelle ich ja Menschen mit ein, besteht nur darin, sich fortzupflanzen und die eigene Art zu sichern. Das ist der Sinn des Lebens. Dass wir, also der Mensch, vermeintlicherweise der Einzige ist, sei ruhig, Katze. Hast du den Arsch, sozusagen. Und die Katze weiß es aber eigentlich. Der versteht eigentlich alles. Genau. Oder es war seine Antwort auf deine Frage vielleicht. Ja, genau. Ich habe es noch nicht verstanden. Echt jetzt? Differenziert, siehst du das? Also das ist ja die wissenschaftliche Erklärung dazu, denke ich. Also es ist nur Fortpflanzung. Aber wenn man jetzt das Bewusstsein noch dazu nimmt, weil wir ja schon wieder dabei sind, zu sagen, okay, der Mensch ist sich selbstbewusst und der kann Sachen hinterfragen und der versucht jetzt da auch einen tieferen Sinn reinzudrücken in sein Leben. Deswegen glaube ich, einen Sinn des Lebens gibt es nur im wissenschaftlichen Sinne, also Fortpflanzung, die eigene Art zu sichern. Ja. Und alles andere, was du daraus machst, ist das, was du daraus machst. Ja, da würde ich jetzt einsteigen oder mit meinen Sinn des Lebens eingehen. nee, Leben. Darum geht's. Leben. Sinn des Lebens ist zu leben. Ja. Ich würde das gar nicht so hochtrabend und so. Genau. So, was gibt mir das Leben, was habe ich als Gegenwert oder sonst irgendwas, sondern einfach nur das Leben zu leben. Weißt du so, es muss keinen tieferen Sinn geben, dass du da bist. Du bist einfach da und da machst du das Beste draus oder halt nicht. Das ist dein Ding. Weißt du, also ich finde es immer, wir rechnen oft so in solchen Gegenwerten. Was bringt uns das? Weißt du, das kostet Nutzen rechnen. Ja, man muss alles irgendwie einen tieferen Sinn haben und so was. Und das ist so tief. Nee, hat's halt ernsthaft. Das ist das beschissene Menschsein, dass wir nämlich immer diesen tieferen Sinn suchen, den meins sagt es nicht gibt. Weißt du? So ist es. Ja. Deswegen. Also Sinn des Lebens gibt's für mich auch nicht. Ich bin nicht hässlich, schade. Was wird noch? Bis zum Podcast habe ich schon. Ja. Ich gucke gerade. Du guckst gerade? Mhm. Wo? Fernsehen jetzt, oder? Welche Fähigkeiten besitzt du, von denen du glaubst, dass sie andere faszinierend finden? Oha, Gitarre spielend. Welche Fähigkeiten besitze ich? Ähm, die anderen, wo ich glaube, ich glaube, in so einer, in so einer Runde, da ist so, Menschen aneinander, versuche ich halt immer irgendwie auch die Stimmung hochzuhalten und stelle mich entweder selbst an den Pranger, also mach Witz über mich oder versuche halt möglich witzig zu sein, um die Leute halt irgendwie zu guter Laune. Und ich glaube, es gibt Leute, die das gut finden. Glaube ich. Und, äh, die das faszinierend finden, ja. Und natürlich, also so ein, wenn du mal auf einer Bühne gestanden hast und, äh, Gitarre spielt hast und dann hattest du halt auch ein Publikum und da waren auch Frauen bei oder andere. Und dann ist es schon interessant, wie manche gucken könnten. Ha! So. Ich verstehe ja sowas raus. Ist so. Schlüpper sehen. Oh, komm mal. Oh, Schlüpper. Ja, der stellt sich ja hin, hat keine Angst, der singt und spielt Gitarre. Alles nicht gut, aber einfach den Mut. Das Selbstbewusstsein, nennen wir es mal. Mut ist, Mut ist nicht, Mut ist, glaube ich, falsch, ja. Selbstbewusstsein, ja. Ähm, ja. Ja, also das ist auch das, was ich glaube, was ich kann, was faszinierend für die blöde Bezeichnung, aber ich glaube, dass ich die Fähigkeit habe, dass sich Leute wohlfühlen. Ja. Also so, in irgendeiner Form. Außer du erklärst was, dann nicht. Genau. Genau. Nee, 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 was ich, also so, dass ich halt, dass ich, äh, die, die Möglichkeit habe, ähm, mich anzupassen, glaube ich. Also dieses, dieses, äh, wie soll man das sagen? Gefallen zu wollen? Ja, aber gefallen zu wollen ist irgendwie so negativ, finde ich. Ja, weil es ist ja schon auch ein Punkt. Oder gefallen zu können, nennen wir es mal so, genau. Dass ich die Möglichkeit habe, dass ich mich auf Leute gut einstellen kann und denen ein Gefühl geben kann, dass sie irgendwie, also nicht, nicht falsch, also nicht, nicht irgendwie gaukeln in dem Sinne, kein, weißt du, nicht hier The Mantle ist, der dann irgendwie, sondern einfach nur, also aus, aus dem tiefsten Bedürfnis heraus, weißt du, also so harmoniesüchtig gibt es ja als Bezeichnung und so ein Kram, das würde ich auf jeden Fall bezeichnen und das, das gebe ich, glaube ich, wieder. Also das ist, glaube ich, das, was ich versuche, auch zum Beispiel im Stream zu vermitteln oder egal, ob ich mit Leuten zusammen bin, wie du sagst, wenn du am Lagerfeuer die typische Situation sitzt, weißt du, dass du versuchst, die Leute in irgendeiner Form zu unterhalten und nicht aus dem, aus dem, aus dem Egoismus, dass man denkt, man wäre besonders geil, weißt du? Also klar. Genau, und darum geht es nämlich gar nicht. Es ist einfach nur, ich bin der Typ, der das könnte und deswegen mache ich es, um die anderen sozusagen zu unterhalten. das stimmt. ja. Ja. Dammt ey. Muss aber heute wieder. Ja, ja, heute ist es ganz schön tiefgründig. Trinkst du da Tee? Ja, ich habe mir, ich habe hier neben mir ein, ein Stöfchen stehen, sagt man, wie sagt man das in, ein, wie sagt man das, wo ein Teelicht drunter kommt, mit der Tee hat? Nee, nee. Mein Mann, wo so ein Ding, wo ein Teelicht, damit man den warm hält. Ja. Weiß ich nicht, wie man sowas hat. Wie heißt das bei euch? Ein Ding, wo ein Teelicht drunter kommt. Wir haben sowas Ding nicht. Wie? Haben wir nicht. Haben wir nicht, aber es muss, unter deinem Gleichen muss es doch auch sowas geben. Ja, aber muss ich jetzt den Namen dafür nicht? Nein, bei uns heißt das Stöfchen. Gut, dann heißt es jetzt hier auch so. Nein, das hat mich interessiert. Ja, hallo, Banburg, ja, ab sofort Stößchen. Stößchen. Entschuldigung, nicht jetzt mit S, mit F. F? Ja. Ja, das ist ein T-Untersatz, genau, sogar bei Wikipedia. Musst du öffentlich machen. Ja, wir haben keinen Namen dafür. Ja, ja, nee, auch jetzt ist Tschüss. Tschüss. Das hätte das sein können. Ich weiß echt nicht, warum ich den geiratet habe. Der nervt, selbst wenn er nicht da ist. Da könnten jetzt gerade im Hintergrund unsere Partner abklatschen wahrscheinlich. Was soll das? Ja, abklatschen wahrscheinlich. Gegen Hinterkopf. Genau so. Wir klatschen erst uns an Hinterkopf und dann gegenseitig. Ja, guck mal. Genau, was ist so faszinierend an mir, dass ich den ganzen Tag Scheiße labern kann am laufenden Stück. Ja, Meine Frau gestern auch, oh Gott, die geht mir auf den Sack. Du glaubst auch, du bist lustig, was sagt sie? Ja. Äh? Na klar. Schalt doch mal ein und trinken, aber. Eigentlich nicht. Bist du jemals die ganze Nacht aufgeblieben, um auf den Sonnenuntergang zu warten? Jetzt habe ich gerade abgewirkt, das tut mir leid. Nee, aber das ist eine schöne Frage. Die ganze Nacht aufbleiben, um auf den Sonnenaufgang zu warten? Ja. Warum nicht früh aufstehen, um auf den Sonnenaufgang zu warten? Du musst ja nicht die Nacht durchmachen. Wir waren am Strand und vielleicht haben wir auch zwischendurch kurz geschlafen, aber man ist ja dann auch aufgewacht und dann, oh Sonnenaufgang. Na geil, ich will auch mehr erleben, solange es noch geht. Ist doch bald überall. Ach ja. Hast du sowas schon gemacht? Die Nacht durchgemacht vielleicht, also. Ja, jetzt nicht im romantischen Sinne mit dem Partner irgendwie da zu sitzen und die Sonnenaufgang, nee, wenn dann früh aufgestanden um die Sonne, aber jetzt so bewusst kann ich mich nicht erinnern, nee. Also, wenn du, wenn wir Urlaub in Holland gemacht haben, die Frau und ich, was leider viel zu selten in den letzten Jahren passiert ist, dann war das oft so, dass du da genügend Sonnenauf- und Untergänge hattest, weißt du? Also, weiß ich nicht, das ist jetzt, ja, das ist schön, aber so jetzt die Nacht durchmachen, um einen Sonnenaufgang zu sehen, ist dann schon, ja, boah, habe ich bestimmt mal gemacht, aber es ist jetzt kein Ziel von mir, eine Nacht durchzumachen, gerade am, selbst am Strand wird es auch leicht klamm und kühl und, ja, das ist jetzt nicht, er ist eher doof, freuen wir uns da, genau, weil du siehst was Schönes, aber die Umgebung ist jetzt nicht so geil. und wie Zelten. Ja, genau, das ist auch blöd. Das ist ungewaschen, wenn ich sage, es fühlt sich an wie Zelten, meine ich damit, ungewaschen, klebrig, überall. Ich war beim Fahrtfindern, das war für mich auch immer, wenn du nachts um zwei Uhr wacht wirst, weil der Regen losgeht und du einen Graben ums Zelt ziehen musst, damit dir die Brühe nicht ins Zelt reinläuft und du mit völlig vermatschen Schuhen wieder ins Zelt rein musst und das ist irgendwie, es gibt nichts Schreckliches als Zelten für mich, muss ich sagen, also es gibt schon schrecklichere Dinge, aber schrecklichere Dinge als zu schlafen im Zelt. Das habe ich mir versaut mit meiner Fahrtfinderzeit. Bei mir war es noch auch die Jugendlichtzeit und wir schlafen zu viert in diesem Zelt und wir haben natürlich was getrunken am Vorabend, na klar, deswegen geht man ja Zelten, damit man einfach auch keiner da ist, der einen kontrolliert und dann wache ich sie auf es ist dieser, auch dieser Moment, Sonnenaufgang ist gerade zwei Stunden her vielleicht, es ist alles noch so ein bisschen neblig klamm und dann sehe ich meinen Kollegen, wie er es nicht schafft, das fucking Zelt aufzumachen, sondern auf unsere Füße bricht. Verstehst du? Und das verbinde ich mit Zelt, mit Zelten. Also er schafft es, er hat es aufgestanden sozusagen, hat es geschafft, sich nach vorne zu beugen, jetzt wären es noch 20 Zentimeter um den Kopf aus dem Zelt raus, nein, er kotzt auf unsere Schuhe im Zelt. Ja, das ist natürlich, Ja, sagt er, tut mir leid. Mann, ehrlich jetzt? Ja, Zelten ist... Denkst du auch Sebastian. Ohne Witz jetzt. Ja, das verfolgst du dein Leben lang. Ja. Das ist wie so ein Mantra. Ja, das ist ein Mantra, ja. Deswegen will ich auch nicht hier zelten. Meine Frau freut sich schon, mit dem Kind vorne im Vorgarten zu zelten, da hätte ich aber auch gar keinen Bock drauf. Wohaus steht nebenan? Verstehst du? Was ist denn das? Muss ich nicht zelten. Schleich ich mich... Was? Muss ich nicht zelten, ja. Ja, brauchst du nicht zelten. Ich schleiche mich nachts raus und gehe dann rein und schlafen. Ey, sind Fragen dabei, also das Internet ist euch fantastisch, ne? Wie sieht die Welt aus, wenn du nicht geboren wärst? Ja, traurig. Unfassbar langweilig. Ja. Ist so. Wir müssen es auch mal sagen, dass wir haben bestimmt auch den einen oder anderen, haben wir sein Leben auch so ein bisschen versüßt. Also vielleicht nicht von null auf hundert gedreht, aber es gab Momente, wo man über uns gelacht hat und andere Sachen vergessen hat, die schlecht waren. Und das ist doch schon... Ja, wenn das die Fähigkeit ist, ist das schon mal super, ja. Genau. Als Sinn des Lebens siehst, das ist doch riesig eigentlich. Glaubst du, dass Menschen des anderen Geschlechts beste Freunde sein können? Oh, das ist eigentlich... Ehrlich jetzt? Muss ich die Frage beantworten? Wieso steckst du gerade in der Situation? Nein. Nein. Nein, nein, stecke ich nicht, aber... Stecke ich nicht, stecke ich nicht drin. Nee, nicht. Oh, Mia, ist ehrlich. Wieso musst du denn das Wort stecken benutzen? Das liegt an dir, das färbt ab. Ich denke, der Mann kann es nicht. Ja, genau. Das ist auch meine Meinung. Leider zu schwanzgesteuert. Und das ist schade für den Mann. Das ist sehr schade für den Mann. Ich glaube aber auch, dass er da nichts dafür kann. Dass das schon, also, so ein Gen-Ding ist. Du meinst, der Mann ist grundsätzlich dieser Bonobo-Affe, der überall reinstecken möchte. Das glaube ich, dass der Punkt ist, ja. Oder nicht? Ich glaube, es kommt immer aufs Alter an. Also, wie stark dir deine Hörner da schon abgestoßen hast und so weiter. Oder in welcher Situation du privat auch steckst. Also, wenn du in einer glücklichen Beziehung bist, kann das vielleicht... Kann das funktionieren? Ja, obwohl, also, jeder Mann, der dann lügen würde, solche Gedanken habe ich nie. Dann in der Situation, der lügt dann meines Erachtens auch. Oder der, oder der, die Freundin in dem war, also jetzt, wir reden ja von Mann Richtung Freundin vielleicht, ist überhaupt nicht der Typ, weißt du, das kann ja auch sein. Weißt du, so dieses Pferdestehlen, das mag sein, aber das ist unheimlich schwer, glaube ich. Und umgekehrt? Ja, weil es immer, also, unter Freunden gibt es hier und da auch einfach Situationen, die zwischen Mann und Mann völlig okay sind, zwischen Frau und Frau wahrscheinlich auch, aber zwischen Mann und Frau immer mit dem sexuellen Hintergedanken sind. Ja, das würde ich geschlechterunabhängig sehen, jetzt finde ich jetzt persönlich, weil das kann ja sein, dass man irgendeine Situation erlebt, wo man sich irgendwie über was freut oder so gemeinsam auf einer Linie ist, wo man denkt so, wenn du jetzt eine Frau wärst, dann würden wir mal kurz mal, ne, so, wie wir beide halt. Achso, ja, wie wir, ja, 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 okay, da muss ich dich auch bei der Stange halten, kann das sein? Da musst du mal an der Stange halten, definitiv. Mach das mal. Fällt da was vom Stuhl. Da musst du auch mal eine Stange jetzt. Ich fühle mich nach unserem Podcast immer so komisch, so ein bisschen so schmutzig, so benutzt. Ich fühle mich benutzt, ja, das Wort selber ist ein bisschen doll, aber benutzt, das trifft es schon sehr. Ich muss mich danach immer duschen. Genau, ich sitze immer in der Dusche in der Ecke und muss mich schrubben. Schatz, was ist mit dir los? Geh gleich wieder, geh gleich wieder. Mach das doch mit dem Podcast mit ihm. Ich kann nicht. Kannst du mich schrauben auf den Rücken? Ich komme nicht richtig ran. Das ist aber heute nicht gut. Das ist doch mit komplett Ding. Ja, doch schon ein bisschen, ja. Hat schon ein bisschen diese Qualität. Ich muss gleich noch streamen. Wie meint das jetzt? Ach, du musst die Energie mitnehmen, mein Freund. Ja, genau. Diese Energie, du musst dir jetzt rennen. Benutzt die Worte stecken. Was war das andere? Stange. Ach ja. Stell dir mal vor, du spitzst jetzt, Stunde, anderthalb, bist du so drin, alles ganz ruhig, chillig, auf einmal kommt einer um die Ecke, was mit dem, willst du das nicht mal dahin stecken? Und dann, ja, dann bricht es wieder auf. Und wieder die Synapsen, weißt du, Verknüpfung geht an. Bild. Direkt ans Lachzentrum. Genau. Und dann kürfst du da einfach weg. Ah, schee. Ja. Ja, die Fragen, ich würde sagen, wir heben uns noch ein paar auf fürs nächste Mal. Jetzt, wo wir uns hier in so einer Situation manövriert haben, wo man nicht so schnell wieder rauskommt, wenn man mal drin war. Ähm, so. Tja, ich hätte, unser Protokoll sieht wirklich sehr, ich gucke die ganze Zeit, nachdem ich gucke die ganze Zeit, hier auch nach diesem Kurzgesagt-Video, um es zu finden. Ich finde es nicht. Sehr mau aus gerade. Ach ja. Wir haben doch unheimlich, heute lustig. Ja, schon. Also selten. Vor allen Dingen auch mal wieder ein bisschen ernst. Ich finde es ja, jetzt bist du ja wieder, ähm, ich finde es auch ganz gut, wenn man mal so einen Moment kriegt, wo man, also ich finde, dass wir eine gute Mischung haben zwischen ernsten Dingen und, und, und völligen Unsinn. Nicht, nicht so ernsten Dingen. Nicht so ernsten Dingen, ist schön formuliert, ja. Wir haben, wir haben eine Serie, wir haben eine Serie fertig geguckt. Ja. Und zwar The Morning Show. Ja. Ähm, krass. Also wirklich. Aber, ich sag gleich weg, das ist nix, also das ist so eine Serie, da darfst du nicht auf dem Handy spielen nebenbei oder solltest nicht auf dem Handy spielen ähm, und musst aufpassen. Also da passiert nichts, also es ist nicht so zum Angucken, sondern zum Zuhören, um Dialoge und, und Machtspielchen und so ein Kram in so einem fiktiven Fernsehsender, in einer fiktiven Morning Show. Und die läuft ja schon länger auf Apple TV, aber wenn ihr irgendwie eine Chance habt und wenn es die 5 Euro im Monat sind, die man mal bei Apple da kurz investiert, um diesen, um diese Serie durchzuschauen. Ja. Da gibt es zwei Staffeln, wobei die zweite ist, glaube ich, noch nicht komplett. Die erste hat zehn Folgen. Unfassbar gut. Auch Bildsprache, also aus Sicht eines Fotografen, muss ich sagen, da waren gerade in der letzten Folge, da waren Bilder dabei, wo ich dachte, ja, unfassbar gut. Weißt du, also so Kameraeinstellungen mit Ideen dahinter, was dann auch im Endeffekt damit gesagt wird in dieser Kameraeinstellung, mit Dialogen, mit, die hat immer wieder überrascht, also von Folge zu Folge gab es Situationen, wo ich dachte, boah, wie geil, wie die jetzt da, also was sie sich jetzt gerade ausgedacht haben an Sachen, wirklich super. Also es geht um die, es war, glaube ich, die ist aufgekommen, kurz nach den MeToo-Sachen, weißt du, also wo der Weinstein, heißt der, glaube ich, und andere, wo das aufgekommen ist und darum geht es auch, vom Tenor, vom Grundrauschen da drin. Okay. Es geht aber nicht nur darum, das wäre jetzt, glaube ich, auch ein bisschen einseitig betrachtet, sondern es geht auch insgesamt um diese Machtspielchen innerhalb von solchen großen Firmen. Also wer leitet das, wie wirkst du als, wie sag ich mal, mächtige Person, als ein angesehener Radio-Moderator auf vielleicht Angestellte, weißt du, wie nutzt du die Situation aus für deine, was wir schon gerade hatten, um irgendwelche Beziehungen aufzubauen dann zu deinen Mitarbeitern, die ja dann vielleicht auf dich hochgucken, vielleicht auch gar nichts gegen sagen können in der Situation, in der sie dann drin sind und so Sachen, weil sie halt von deiner Persönlichkeit oder von deinem Ding, von deinem Ding, oh Gott, von deiner Wirkung nach außen so beeinflusst sind oder sich beeinflussen lassen und so weiter. Echt super. Also wirklich diese, mit auch Wendungen da drin, wo du denkst, boah, wie genial, weißt du, so von den Gedankengängen. Hab mich total fasziniert. War auch seit langem mal eine Serie, die meines Erachtens komplett auf Dialoge und solches abgezogen hat, weil da bildlich jetzt nicht viel passiert. Weißt du, das ist keine Katastrophe, keine Schießerei großartig oder solche Sachen, sondern halt Nachrichten. Da kann ich noch mal einhaken gleich, ja. Also kann ich nur Wendungen empfehlen. Zweite Staffel sind wir gerade am Anfang, hat mich bis jetzt nicht so überzeugt. Also von dieser Genialität fehlt mir da was, aber ich bin da noch nicht final durch. Vielleicht sind es auch jetzt einfach die ersten zwei Folgen, die wir geguckt haben. Die läuft gerade, aber die erste Staffel uneingenommen wirklich krass gut. Also richtig gut. Ja, Kamera und Dialoge, Hammer. Wegen Bildsprache. Wir haben gestern geguckt auf Netflix The Guilty. The Guilty ist mit Jake Gyllenhaal und ist so ein Film wie, kennst du Buried? Also vergraben mit Ryan Reynolds. Der spielt halt, der Film spielt halt, also jetzt im Film von Buried, Buried, also vergraben. Ja. Ist er halt in Afghanistan vergraben in einem Grab, in einem Holzkrab und nur da spielt der Film. Kann ich nicht mehr da vorkommen. Also sieht nichts anderes. Okay. Und so ist der Film The Guilty auch, nur dass er spielt mit einem, ich sag jetzt mal, Polizeibeamten, der in einem Notruf-Telefondienst sitzt. Warum er da sitzt, klärt sich noch und so. Ah, ja, ja. Und er hat halt dann ein paar Fälle und einen schlimm. Ja. Und der ist krass. Und der Film ist gut. Der ist wirklich nur gut. und du hörst halt die ganze Zeit ihn, du siehst ihn die ganze Zeit. Er bewegt sich auch hier und da mal, aber er redet nicht mehr als mit drei Leuten physisch, telefonisch natürlich ein paar mehr. Ja. Und du, diese eine Story, die Haupthandlung, der hat eine Haupt- und eine Nebenhandlung, obwohl man nur ihn sieht. Okay, cool. Und du stellst dir alles vor, was passiert, was der am Telefon sagt sozusagen. Und der Film ist so spannend. Cool. Meine Frau sagt so, komm, mach doch aus, wenn es dich nicht interessiert. Ich sag, wie kommst du darauf? Ja, du sagst halt nichts mehr. Ich war völlig drin. Ja. Also richtig mit Anspannung und so. Also richtig gut. The Guilty of Nifty. Ja. Jai Gilno. Also wirklich, der steht und filmt mit den Schauspielern so einen Film. Ja, klar. Du kaufst ihn das so ab. Ja, cool. Wertung 6,3. Aber hat ja nichts zu heißen. 6,3. Ja. Durchschnittlich, aber muss ja nicht. Also es gibt ja auch viele, die besser wirken. Also der Film hat einen Moment, wo ich so saß und mir vergleifen musste. Also ich habe meine Hand vor die Augen gelegt. Weil du Sand in den Augen hattest. Weil ich es auch nicht ertragen habe, weil es mein Kopf gesehen hat. Ah, okay. Ich habe es nicht ertragen. Okay, verstehe. Das hat mich halt. Ja, cool. Wenn das so gut funktioniert, das ist auch top. Ich weiß auf irgendwelche Bewertungen, aber... Tatsächlich. Also kann ich nur umgehen. Ich bin in den Geschmack. Ja, es ist ja auch keine 4-Kommel-App, wo du sagst, das kann doch Mist sein. Ja, ja, ja. Was erzählst du da? Vielleicht schon mal. Ja. Hast getrunken, ne? Ja, werde ich mir angucken. Netflix sagst du. Netflix sagst du. Ich habe jetzt mal die beiden IMDb-Links da reingehackt. War doch Netflix. Ja. Oh, ich habe jetzt einfach unabhängig. Ich würde mir ja irgendwo sehen können. Ja. Ja, Morningshow lief schon länger oder habe ich schon länger gesehen. Ich hatte irgendwo mal ein iPad gekauft. Da war ein Jahr lang Apple TV kostenlos dabei. Und da habe ich das irgendwie halt gemietet oder abgeschlossen und habe das immer mal gesehen. Ich habe die erste Folge vor bestimmt einem halben Jahr mal angespielt und dann war mir das so, boah, Dialoge und war auch, glaube ich, kopfmäßig nicht bei der Sache. Jetzt mit der Frau zusammen guckt. Schon vor einem Jahr? Vor einem halben Jahr gab es das schon? Morningshow ist, glaube ich, noch älter sogar, ja. Echt? Ja. Oder machen die erst Werbung jetzt dafür? Weil so, für mich ist das komplett neu. Ach, komplett neu? Okay, ja. Mag ja sein. Warum nicht? Also, ich habe das einfach nur als Ding gesehen und die haben das, glaube ich, so als Aufhänger genutzt, um Apple TV da irgendwie zu verkaufen oder so. Wo steht denn hier, wann die erste, dass man mal was sieht? Wann ist es da oben? 2019. Von 2019. Das war schon zwei Jahre. Also, gut, 2019 weiß man nicht immer Ende oder sowas. Aber hat eine 8,4. Von mir hat es eine 9 bekommen. Muss wirklich sagen, die erste Staffel war zu Ende und ich habe mit der Frau auch geguckt, auch sehr konzentriert. Ich bin oft jemand, der auf dem Handy irgendwie spielt nebenbei und dann auch mal einen Teil nicht mitkriegt. Aber bei der war es doch sehr oft so, dass man echt rangehackt hat und wir beide so davor sind, boah, wie genial. Weißt du, so wie sich das dann entwickelt oder so wie auch das, gerade gestern die finale Folge, die geht sehr lang, über eine Stunde. Da geht auch jede Folge so eine knappe Stunde. Auch die Staffel, die erste Serie mit einer unheimlich langen Intro. Also, wo ich so, auch teilweise nervig, wo ich sage, so jetzt ist ja gut. Und dann hat es Apple TV nicht drauf wie bei Netflix, wo du wirklich gut überspringen kannst und bist dann, ups, direkt wieder in der Handlung, sondern da noch irgendwie, selbst wenn du eine Intro überspringen drückst, dann denke ich mir so, jo, wir haben den Vorsprung halt jetzt schon x-fach gesehen. Ja, sehr zu empfehlen. Also, wenn man irgendwie die Chance hat, das zu sehen, kann ich es nur, kann ich es nur empfehlen. Ja. Ja. Und The Guilty. Cool. The Guilty. Wird ich mir angucken. Ich mag den Gildenholz sehr. Absolut. Und das ist auch wieder so eine Rolle. Ja. Kann ja überhaupt schlecht schauspielen, keine Ahnung. Der war doch, nee, das war Cooper, ja, meine ich, der mit dem, mit dieser Pille, die deinem Buch seiner Arbeit. Bradley Cooper, nee, war niemand anderes, ja. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt bei über einer Stunde. Ja, komm. Lass uns mal in den Verlauf gehen. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel diesmal, weil ich auch kaum zum Gucken gekommen bin. Wir machen doch einfach jeder eins. Wir haben ja noch die beiden Filme auch. Mhm. Und zwar habe ich, wenn ich kurz anfangen darf, ein Video geguckt von einem Kanal, der heißt Veritasium. Hab kurz VE. Keine Ahnung, 10,4 Millionen Abonnenten ist so ein Wissenschaft Ding. Keine Ahnung. Wissenschaft? Ja, Wissenschaft so Richtung ja, wie kann man sagen? Ich weiß nicht. Ich habe den Namen gerade vergessen. Auf jeden Fall ist es so ein Typ, der guckt sich halt so Neuigkeiten an. Und in dem Fall geht es um den leichtesten Feststoff der Welt, Aerogel. Aerogel. Das ist halt ein sehr leichtes Gehen. Das ist auch ein das auch ein auch ein fest, also auch ein fester Stoff sein kann, das sehr, sehr leicht ist, was eigentlich nur aus Luft besteht. Luft und möglichst vielen Ver, äh, Verwinklungen, möglichst viel Fläche. So. Also, ich sage jetzt mal ein Beispiel, er sagt, äh, in einem, ähm, 10x10 cm großen Stück von dem Zeug ist ungefähr so viel Fläche drin, wie auf einem Fußballfeld glatt. Okay. So, ungefähr. Also, ich habe jetzt nicht die genauen Abmaße, aber es war auf jeden Fall erstaunlich. Mhm. Und das Zeug ist ein unfassbar krasser Isolator und kann, der hat, der hat sich eine Mischung aus diesem Zeug und, und, ähm, eine Art weißen Paste, so eine Art Kleber auf die Finger geschmiert. Okay. So auf, äh, Zentimeter Dicke und dann hat er mit einen Bunsenbrenner draufgehalten, bis das an den Fingern, äh, ungefähr 800 Grad hatte und seine Finger auf der anderen Seite waren maximal warm. Das hat schon, das, das ist schon eine Nummer so. Also ein harter Isolator praktisch. Ja, genau und, also, für unendlich viele Sachen auch nützlich. Okay. Das ist von 2019, das Video, aber es ist halt sehr interessant. Ja, ist ja, ist ja jetzt unabhängig von dem. Warum habe ich das noch nicht am Haus, dachte ich mir so in dem Moment. Hm. Ja. Ja, oder für alles Mögliche. Gut, wer weiß, wie die Herstellung ist, wie gut man das konservieren kann auf irgendwas, weiß man natürlich nicht. Ja, genau. Man kann es halt irgendwie, man kann es, ähm, mit allen möglichen Formen mischen. Das ist halt das Coole irgendwie. Ja, ja, finde ich gut, finde ich spannend. Ja, ich habe mir, gute Frage, immer die üblichen Verdächtigen. Ich habe, äh, ich habe wieder was vom Böhmermann, hier vom ZDF Magazin Royale. der hat so diese, ähm, fand ich jetzt nicht so hochtrabend, wie er es manchmal macht, weißt du, also er hat ja manchmal Themen, die wirklich wichtig sind, also wir haben ja glaube ich schon in unseren Links gehabt, dass irgendwie Sand abgebaut wird in der Welt, um irgendwie eine tolle Insel in Dubai aufzuschütten und das geht an Dingen weg, wo es wirklich auch naturmäßig katastrophale Schäden irgendwie verursacht. Nicht so hochtrabend. Es ging um sogenannte Profiler und den Namen Profiler. Mhm. Ähm, dass das zum Beispiel gar nicht geschützt ist. Also wie Journalist oder, ne, also kann sich jeder nennen und es gibt auch keine, keine wirkliche Ausbildung dazu und solche Sachen. Und das ist so, äh, haben sie so drei Profiler, äh, beleuchtet sozusagen, was sie behaupten, wo sie sind, mit wem sie arbeiten und das ist alles überhaupt nicht hinhaut, ja, also das, dass die dann immer fürs Fernsehen irgendwie eingeladen werden, um als Experten ihre Meinung zu äußern und solche Sachen und die eigentlich gar keinen, also das ist alles. Die haben ja gar keine Expertise. Genau, genau, eigentlich Show ist. Also so, ja, Kommissar, bla, 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 ermittelt in Morddingern als Profiler, ja, hat aber bei der Polizei eigentlich beim Zoll gearbeitet und hat mit Mordsachen nie sowas zu tun, gehabt und verwurstelt das in seinen Büchern und so, also, schon über, ja, was man, was manche Menschen sich so rausnehmen, ne? Ja, ich, also mein, mein Eindruck da im Nachgang war einfach so, was, dass die, dass die was Besseres darstellen wollen, als sie sind und da gibt es ja massenhaft Leute, ne, also, ja, das ist so, das war mein Eindruck. Ich finde es jetzt aber nicht so, weißt du, verletzt damit niemand direkt, also, du zerstörst dich die Umwelt oder? Ne, natürlich nicht, aber, aber, ja, verletzen weiß ich nicht, ja. Ich fand es auf jeden Fall nicht so hochtrabend oder wichtig, wie, wie andere Themen, die er da schon gebracht hat. Ob es jetzt um Manipulationen von Wikipedia geht und solchen Dingen, was wir da schon alles hatten. Aber trotzdem sehr interessant. Ich finde halt immer diese Recherchen, die die da betreiben und ans Licht bringen, fand ich immer spannend, aber da hat, irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, hätte man auch nicht bringen müssen, aber trotzdem, interessant, was die da recherchiert haben. Ja, das würde ich mal reinnehmen, weil der Rest ist alles so, Lockping, Lawyer, habe ich wieder geguckt, der ist so ein, der ist so ein Safe, weißt du, irgendwie, ein Safe, um Sachen zu sichern mit Brandschutz, bla 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 und dann heißt das Ding außen nur dünnes Blech, innen nur dünnes Blech, dazwischen ein Brand, Antibrandmittel und der, wie hat er den geöffnet, der hat sich einfach so eine riesen Handkreissäge, so ein Akku-Handkreissäge genommen und hat einmal vorne rumgeschnitten, hat praktisch einfach den Deckel abgeschnitten, weißt du, wo du die Tür aufmachen, wenn du den Tresor nicht durch. Das ist ja ein guter Safe. Ja, total, total stabil, ja. Ansonsten, die Y-Perks, aber die haben wir schon oft, empfohlen, ja, nee. Ja, nicht so spannenden Kram. Aber wir haben, denke ich, zwei gute Filme beziehungsweise Serien vorgestellt, das ist ja auch was, viele Leute. Sehr stimmt. So, ich würde sagen, ich wünsche euch eine angenehme Woche, bleibt weiterhin gesund, auch wenn wir es lang nicht mehr als Thema hatten und wenn es so ein bisschen aus den Gedanken verflogen ist, ist es glaube ich immer noch sinnvoll, hier jemanden Gesundheit zu wünschen. und unbedingt. Wir hören uns nächste Woche wieder und erstmal eine schöne Woche. Bis dahin. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, noch von meiner Seite. Ich wünsche euch alles Gute und fahrt vorsichtig. Bis dahin. Ich winke.